Muss ich schreiben? Muss ich malen? Ne, also wenn ich ähm... Tut einfach nicht streamst, wenn ich dran bin. Oder probiert zumindest. Ne, ich hab jetzt auch deinen Stream geschlossen. Geil. Vielleicht kommt das tatsächlich auch als Uncut-Folge. Dann könnt ihr ja nachschauen, was ich für Wörter hatte. Aus Prinzip... Hallo, Jusiu. Okay, ich muss nachdenken. Oh Gott, Alter. Drei Wörter am Ende. Drei Buchstaben am Ende. Gibt drei schlechte Wörter, Alter. Ich hab halt keine Ahnung. Ich hab keinen Dunst von den Waffen, ne. Ich auch nicht. Schon wieder. Also eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Ich spiele auf Deutsch, ich hab keine Ahnung von den Englischen. Oh, das ist natürlich ein Blöder. Jetzt mal der ist mal Tanks. Boah. Oh Gott. Zeit ist schon rum, Alter. Ist das ein H? H? Boah. Drei Buchstaben. Gibt's denn da so... Mach einfach nur die Waffe. Hast du die Mahlzeit zu wenig eingestellt? G.H. 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 Aha. Ich hab die Häsin. Ah, ich hab's, glaub ich. Oh, ist das ein bisschen zu blöd. Es ist echt... Ich hab mir das halt schon vor zwei Minuten gedacht, ne. Aber ich war nur Fevichet. Toll. Ich sollte meine Maus eventuell vom Chat wegnehmen. Ja, besser wär's. Okay, neuen Buchstab. Fünsler am Start. Oh Gott. Achso, das ist immer die Map, die ihr mal gemacht. Das ist alles blau. Oh, Tanks, alter. Das ist doch schön. Das kann halt alles. Was? Was? Nein, Mann. Wird ihr geschrieben? Oh Gott, ey. Waffe auf Doom. Wer findet aber den Doom-Rank? Nein, ich bin so blöd. Die Punkte haben mich verwirrt, ey, Mann. Okay, wie schreibt man die Kacke? Wie schreibt man die Kacke? Wie schreibt man die Kacke? Sieht man das jetzt, oder? Sieht man das nicht, was ich auch geschrieben habe. Nicht Omerang. Ach, sieht ihr tatsächlich? Boomer. Boomer. Okay, das ist scheiße. In Englisch habt ihr aber auch nicht aufgepasst, oder? Eigentlich nirgendwo aufgepasst. Das ist so blöd, Alter. Ähm. 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 Drei Buchstaben nach vorne. Ne, drei am Anfang. Nice am Anfang. Das Müll-Game ist noch nie vorgeschlagen, Alter. Noch neiner. Da bin Ruhe so. Ne, das sollte eigentlich... Hallo. Hä, was sind das? Pfeil? Was? Hä? Ja, wie heißt der Scheiß? Du hast das End. Ach Gott, der hat es... Ja, das kannst du ja auch nicht wissen, ey. Digga, wenn schon, dann richtig. Wow. Ja, schon. Boah, Second Stage, I know. Ich hab das jetzt grad vollgetrackt, dass das End nicht drin steht. Ja. Ich mein, das Symbol geht nicht rein, ne? Ich mein, ist... Boah, ist halt schwer jetzt, ne? Boah. Boah, Arrow. Ja, immer wieder mal gesagt End, aber dieses Unzeichen, glaub ich, das nimmt dann nicht. Doch, das End... Ich schreib's das einfach aus, das End. Nimm's da einfach. Boah, End, Arrow. Ja, genau. Ähm. Ne, das Wort gibt's gar nicht. Ach Gott, das war sogar richtig das erste Wort! Nein! Ich hab mir gefragt, warum ist das jetzt? Ich bin so eingerostet, ach du Scheiße. Also du denkst halt so, geil, Fienert Waffen, du kannst jede vom Damage, du kannst alle vom Aussehen, aber wenn's da drauf ankommt, keine Ahnung. Ja, genau. Das ist so, das ist ja... Ey, den gab's. Oh Gott, oder? Ja, der ist 650. Da ist jetzt ein Platz rum. Äh... Gott. Ja, dessen kann ich grad mal den Bo überarbeiten. Ne, das ist schon wieder... Nee, das ist doch nicht. Schreiben machen, das ist kein Vorteil. Oh Gott, ich wollt hier zack machen. Ja, das ist schlimm. Aber ich will jetzt auch nicht meine Tastatur zerstören. Ach Gott, wer ist denn der Scheiße? Äh... Wer ist denn das? Hä? Hä? Ja, so... Äh... Hä? Hä? Großes K? Ich mach hier noch, ich mach hier noch, warte, ich mach hier noch den hier. Vielleicht kann man's denn. Was? Äh... 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 Nein. Oh... Ah... Ach Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, okay, okay! Was? Fühlt dich aber voll auf die falsche Fährte, ey! Oh mein Gott! Ja, ne, ist schon gut, aber boah! Sind das nicht grün? Ach du Scheiße! Ja, grün wär uns beim Grin, ne? Naja, stimmt. Eieieiei... Also da denkt man... Ich warte nur auf Soul. Ich wollte sogar Godrace kurz durchschreiben, was fängt dann mit K an. Ähm... Godrace. Äh... Äh... Was ist das denn? Ein kleines Wort, alter. Ich hab's! Nein! Nein! Äh... Ja! Ja, das ist... Ist safe, ja. Ja, das ist safe, ja. Oh, schnell schreiben, ist es nicht. Das war ja schon immer so, Tastatur. Ey, ähm... So was... Schenken... Aha... Schenken... Und Sjan... So was macht ein Masterabschluss. Haha, ja. Ja, ich hab auch irgendwann eher Schanken im Online geschrieben. Alter Schwede. Oh Gott. 3... 4 Buchstaben am Anfang. Ähm... Also kein Handy. 4 Buchstaben. Äh... 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 Ja... Was? 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 Hä? Hä? Spielt Lotto? Spielt Lotto, dann wisst ihr es. Wie heißt das scheiß Ding? Äh... Äh... Alter, ja. Ach Gott! Das... Ich sage das mal nur nix. Nein, Gott! Nice! Die Stufe! Ich dachte das ist 1, 1, 1, 1. Dann hab ich mir so... WTF? Nee! Ich dachte das sind 3 Pfeile nach rechts! Hm... Schöne 7, da fehlen er doch... In der Mitte. Ich dachte das sind 3 Pfeile nach rechts! Ich hab an das mega gar nicht gedacht! Ich dachte das als Mega Lotterie wollte ich erst eingeben. Aber ich war komplett schockiert! 2.000 Stunden! 2.000 Stunden! Mega laut! 1.750! Können wir gleich mal nachschauen! Geil! Ich kam auch nicht auf Chancrunch, ich hab 3.000 Stunden, also von daher... Ja wie gesagt, du siehst ein paar Striche und du musst eigentlich 400 Waffen im Kopf durchgehen! Ja! Äh... Wenn irgendwas so reindempelt kommt, ohne dass was gezeichnet wurde, ich warte bloß drauf! Ja! Das ist ja witzig! Geht's vielleicht bei so speziellen Waffen, wo zum Beispiel 3 Wörter oder sowas sind? Gibt's sowas überhaupt? Na du zeichnest du mal? Achso ja! Nein! Was? Das war falsch! Was? Nein! Hä, was sind das? Hä? Äh... Hä? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist deutsch, das Wort! Ähm... Ähm... Wie denn? Hä? Was? Hä? Was ist das für ein... Hä? Gibt's ne Aufklärung dafür, glaub ich? Hey Tormentor? Was? Grenades? Hä? 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 Da spieler alle! Oh Gott! Ich hab grad Spotter gekriegt in meinem Game! Oh mein Gott! Wie heißen die? Wer sind die? Wer sind die?! Äh... Äh... Meine Lieblinge! Aber warte, hab ich jetzt falsch umgezeichnet oder? Ne, ist das nicht? Ähm... Die heißen die! Wie heißen sie! Die haben mich nie verlassen... Uuiuii... Die haben michjas dann hundert Tage gemacht... Mischi, du hast 1792 Stunden. Ich weiß nicht, wie ich heiße. Ich kenne euch den Tipp, die sind Mini. Alter. Mini. Und? Nee, ich hab's, ich hab die... Ach so, ja. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, wie die... Minus, nein! Scheiße, Alter. Wie viele Stunden habe ich? 1792. Okay, ich... Also, ich habe das Game noch offen, es mir hat er aktualisiert. Nee, okay. Game offen ist auch ein Cheat, finde ich. Ey, ich hätte... Ich hätte jetzt noch mal... Ich hätte jetzt noch mal Goldfische nehmen können, habe ich auch nicht gemacht. Ich hätte auch, äh... BFG 9000 malen können oder so. Ach Gott, ich habe gerade nicht aufgepasst. Überhaupt schreiben. Nein! Rügenbogen. 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 Auch Runde 2. Ah, P4 bin ich geil. Wer ist denn P1? Ich P8. 3,5 K Punkte, what the fuck. Ja, Mase. Ja, Mase. Okay, äh... Was zum... Äh... 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 Was gibt's denn da? Ja, viel Spaß. Hm... Ist der Bindestrich? Muss man das eigentlich mitzeichnen, den Ding? Ah! Was, mein... Warum ist da ein Bindestrich? Ach echt? Warum ist da ein Bindestrich? Schreibt man das jetzt zusammen? Ja, eigentlich nicht. Du musst da ein Bindestrich einfach hinsetzen. Ja, du musst den schreiben, den Bindestrich, ja. Ja. Warum muss man den hinsetzen? Warum ist das bei dem einen da und bei dem anderen nicht? Mach doch da Kampffeiere, mach doch mal vernünftige, äh... Die denn? Niklas, was hast du da angeschrieben? Ja, jetzt spoiler doch nicht. Oh! Du musst den Strich mitmachen. Oh, mit Checkput. Was ist mit dem Mathe, dieses Gros? Oh, mit Checkput! So muss die Panzer aussehen. Der hat eine Rolle. Digga. Hälte Schwede. Boah, warum machen wir leider? Mach's fürs nächste Mal bitte einheitlich. Alter. Du denkst mal, dass der Panzer einfach nur ne Kugel. Boah, ja. Ui, drei Pikachu. Ähm. Ui, wir deployen. Was ist denn? Da haben wir denn Rente im Hit? Ey, das ist verarscht, ey. Das... Wie heißt die Scheiße, wie heißt die Scheiße, oh Gott. Mir fällt das ein. Warum eigentlich? Das kommentier ich, meine ich. Danke fürs Falschschreiben. Wird das hier echt zusammen geschrieben? Boah, danke fürs Falschschreiben. Ich wär nie drauf gekommen. Jo. Ja, das wird zusammengeschrieben. Warum wird das hier auseinander geschrieben? Ne, weil's ne die zweite Stufe ist. Ne, die zweite Stufe wird auch zusammen geschrieben. Ne, 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 passt schon. Ne, 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 passt schon. Madness ist auseinander. Also hier auf dem Ding wird's zusammen geschrieben. Boah. Ja, ich hab die Liste hintergestellt. Von dem Ding gibt's ja drei Stufen, ne? Ne, hä? Ne, zwei. Zwei. Du hast den Breaker und, also du hast die vier von der ersten und die zwei von der anderen Waffe. Ach, ja. Jetzt hab ich's gerade bemerkt. Pink. Äh. Äh. Ja. Uh. Luckett. Äh. Ich hab eben das verschrieben, wer das als erster gehabt hat. Fuck. Das ist ja Needles, ne? Aber wie heißt das? Erste Stufe. Boah. Ah. Spoiler doch nicht immer, hey. Wir machen ja Hard Competitive. Achso, okay, sorry. Das ist nicht so Competitive, Alter. Ja, Competitive. Was nimmst du's denn? Ja, Ida hat's immer, äh, ne Krone hat's immer noch nicht. Ne Krone ist ja auch ne Krone. Kann ich schreiben. Ich weiß nicht, du für was ist überhaupt die erste, ne, ja. Die erste. Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, ich hör doch nicht immer. Ey, hör zu. No, warum nimmt ihr immer so groß? Ja! Luckett! Wuuuh! Was? Ähm. Ist die falsche Farbe nun mal so. Man ey, ich wusste da, dass Daniel ist noch was. Auch mit der falsche Farbe. Nix. Geh mal noch. Ja, der Runde, Alter. Ich hab mich dreimal verstanden. Lackett. Ah, geil ey. Ähm. Nie wieder nur ist es immer viel. Boah. Ne, ich hab's gar nicht. Was ist denn das? Äh. Hab es? Ah ok, ich hab's. Boah. Geil so. Wichtige Punkte. Das war schlecht die Waffe. Oh, ich bin P3 mittlerweile. Aber nicht viel ey. Boah. Jetzt bin ich letzter, Alter. Jetzt hat mich sogar Krone überholt. Ähm. 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 Wie heißt das? Mehr kriegt ihr nicht. Ach. Nein. Ich hab mich verstanden. Ach Gott, ja. Jetzt hat er es gemacht. Hab's. Nein. 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 Ist er, ist er, ist er Gullydeckel. Alter. 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 Du hast jetzt 500k Points, Alter. Ich bin noch back im Game, obwohl ich das Spiel nicht mehr richtig habe. Stimmt, Alter. Du hast 500 Punkte Vorsprung ist stark. Toniger Keks, Alter. Wir schreiben übrigens keine Damage-Zahlen hin, ne? Also ich schreiben es hier verboten. Das Schlecht war in Ordnung, weil wir das da schon alle gehabt haben, aber. Oh Gott. Ja, das stimmt. Alter, wie die Punkte... Ja, das ist auch mal ne Idee. Damage-Zahlen auswendig kenne. Oh mein Gott, nicht schon wieder, Alter. Ach nein. Das ist nicht deines nicht. Nee. Also ich glaub zwei mal das gleiche Wort kommt in einer Runde nicht. Ja. Ja, doch, geht schon, aber. Nicht schon wieder, Alter. Boah. Ach Gott, wie heißt'n's? Nein, wie heißt'n's? Welche Stufe? Ja. Als ob das erste Wort so lange Buchstaben hat. Das kam mir auch nicht so nah vor. Digga, das triggert mich. Man sieht, das Wort ist eigentlich... Das Wort ist eigentlich... Das Wort ist eigentlich... Von der Länge... Von der Länge ist es eigentlich gut, aber wenn man das Kugelzieger ist, ist es eigentlich mega lang. Ja. Ja. Ja, ja. Ultimate Emploder war auch ewig. Ja, klar, für T-St und Z, aber auch. Oder nächstes Mal mit kaputter Tastatur... Ich will mir spielen. Ja, das ist witzig. Ja, drei Minuten holen Sie einen Schritt los. Jetzt war das auch mit Haul. obrig. Aber ich bin hier auch mal wieder dran, mache ich halt das letzte in der Runde oder habe ich schon gezeigt? Wartig, irgendwie ein bisschen zu weit weg. Ja... Jetzt geht's gut. Stryker, sonst streikt halt einfach anders. Äh. Äh... Hä? Ja! Oh Gott, ich dachte, ich hab's falsch geschrieben. Falsche Farbe! Falsche Stufe! Falsche Stufe? Heliandus! Ich dachte, ich hab's falsch geschrieben, ey. Heli! Heli! Heliandus! Nein! Ja, genau das war auch erst mein Gedanke, ob ich's falsch geschrieben hab. Heliandus? Heliandus? Ups, ich hab was geschrieben. Wie wird das geschrieben? Was ist denn das Ding jetzt da links oben? Was ist denn das Ding? Das ist ein Pokéball. Oh mein Gott, ey. Mit TH. Mit TH. Boxy, komm. Ja, easy, ey. Ich geb euch zwei Sekunden. Wie machen wir das jetzt so? So, 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 so... So? Irgendwie so? Oder halt so? Keine Ahnung. Du hast aber auch ganz anderes... Ich dachte, ich krieg das Ding in einem Zuge hin, ey. Oh Gott, Alter. Du hast aber auch ganz anderes Down-Syndrom. Oh Gott, Alter. Du hast aber auch ganz anderes Down-Syndrom. Was? Zählt doch mal, Alter! Ja, aber... Oh Gott, Alter. Er ist aber falsch gezeigt, ne? Im Moment ist er aber falsch gezeigt. Eins weiter. Eins weiter, ne? Das Ding heißt, das Ding heißt, ich sag's dir gleich. Du weißt ja, was ich mein, aber der nächste ist erst der Hit. Alter, ist mir gerade aufgefallen. Das Ding bounced für die Anzahl des Namens und der nächste ist der Hit. Alles nicht Triple, sondern... Three Bounce, Alter. Oh Gott. Das Ding bounced so oft wie im Namen Shit und dann der nächste ist erst der Hit. Deswegen ist ja der 7 Bounce der eigentlich 8 Bounce. Der 1 Bounce ist der 2 Bounce. Boah, ich bin sogar P3 mittlerweile. Jogol, das ist ein P2. 6800. Oh, ach 600 Punkte Diff ist hart. Hä? Hä? Alter, verarsch mich doch nicht. Oh Gott, Alter. Mich würde die Punkte Diff zwischen geil und mir interessieren, weil wir haben zeitgleich eingegeben. Naja, 25 ist immer die gleiche Stufe, glaube. Geil! Marci ist mir ein bisschen zu weit weg. Ja, Marci hat 8,5k, der hat ja 2k mehr wie ich. Das ist wirklich ein Trial. Ich will nur von Michi bleiben, dann hat das. Kann die längeren Wörter einfach an deinem... Ja, Kureike ist zu lang. Was? Oh Mann, wie hast du denn das schon wieder? Hä? Hä? Ich komm mal da drauf, das ist halt irgendwie sowas wie irgendwas. Hä? Warte mal. Das ist mir auch verwirrt. Was? Nee, 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 nee. Du musst das Zeichen. Ähm, wie heißt die Kacke? Oh, 10 Mal verschrieben. Oh mein Gott. Äh. Es soll aussehen wie kein Finaster. Nein, ich bin behindert. Ja, okay. Wenn ihr euch nicht mal alle verschreiben würdet, ne, dann hättest du jetzt immer noch nicht gewusst, was das ist. Ohne Scheiß. Ich war voll auf Fountain erst, ey. Oder auf Sprinkler. Ja, das war keine gute Runde. UB, aber mit UB kommst du auch nicht drauf, ne? Dass es Double heißt. Ja. UB, Alter. Oh, was ist das denn? Ah, hätt' glaub' ich sogar gepasst, ey. Hätt' echt, hätt' sie sogar... Verrsch' mich doch nicht! Äh... Jetzt mal der Dunder ist hin, Alter. Die hat doch keine Zeit. Die hört aus wie ein Vogel mit Armen oder so. Ja, genau. So scheiß Pokémon. Aber wir sind sogar schon dritte Runde los. Oha, was ist das denn? Ah, warte, wie heißt die Scheiße? Ja! Nein! Oh Gott, Alter. Wieso wurde die erste Buchstaben direkt fertig? Was? Ey, ich kenn' die Waffe nicht, glaub' ich. Oh mein Gott, Alter. Ich geh auch nicht drauf. Ich hab's dran gedacht. Also, wenn das F nicht gestanden wär, ne? Ich hätt's immer noch nicht. Ja, ich hab's ja auch noch nicht. Das ist legit immer das erste, was ich einzippe, wenn ich drei Buchstaben seh. Nee, ich war auf Cat. Keine Ahnung, keine Ahnung. Äh... Ist aber auch schlecht gezeichnet einfach. Oh Gott. Ich krieg immer nur 300 Punkte konstant. Ich brauch' 69 Hunde. Entschuldigung. Und wieder abschneiden. Das ist eine andere Karte. Also, das ist ein paar Jahre altt. Ich bin über父溫暴 Walking. Und wieder hab' okay. Ja, ich habe doch auch mal ganz viel Zeit. Vielen Dank.